Als nächstes gibt es die Big Balls von Xplode, eine Neuheit zu 2017. Als erstes den silbernen Big Ball. Kindersicherung wieder mal raus. Als nächstes gibt es den roten Big Ball und als letztes gibt es den blauen. Heute gibt es eine Neuheit, nämlich das Big Shot Bomb Roar von Niko Europe. Viel Spaß bei der Zündung. Und jetzt Big Shot von Niko. Jetzt gibt es Defender 3 und Defender 2. Und jetzt Defender 2. Und jetzt Defender 3. Und jetzt Defender 3. Jetzt gibt es Doppelknall von Xplode. Jetzt gibt es die Yorga Sky Rockets. Dreimal. Einmal in grün, rot und blau. Wir starten mit der grün. Ach schon, grün. Und jetzt blau. Nicht mal so schlecht wie das der... Rot. Als nächstes gibt es hier die Mini Simulator von Leslie. Und jetzt zweimal die Mini Simulator. Das war nur eine und jetzt die zweite. Das war nur eine und jetzt die zweite. Starten mit dem Quickie hier. Quickie vom Keller. Jetzt das römische Licht von Veko. Alles klar. Weiter geht's mit dem Sonnenvogel von Veko. Sonnenvogel. 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 Und gleich noch einen hinterher. Als nächstes gibt es Ultra Force von Veko beim Kaufland gekauft. Viel Spaß bei der Zündung. Dann geht's mit der Zündung. Das war's für heute. Richtig geile Batterie Richtig geile Batterie